Willkommen zu den heutigen VIVI News. Wire, der Auszahlungsdienstleistung von VIVI, ist tatsächlich wieder aus dem Rennen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Job an von Ron English. Und außerdem schauen wir uns mal ganz kurz den Omikus an. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VIVI und schon mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Wir sind heute auf jeden Fall wieder mit einigen Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video und schnacken nicht weiter rum. Starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit Wire, dem Auszahlungsdienstleister von VIVI, nicht mehr. Denn Wire wird hier wieder ihre Pforten schließen. Nachdem es Anfang des Jahres schon Probleme gab mit dem Auszahlungsdienstleister, ja, und dann im Endeffekt doch wieder alles gefixt wurde, haben wir jetzt genau dasselbe Problem. Wire wird ihre Pforten schließen, um hier natürlich auch Kunden wie VIVI zu schützen vor möglicher Insolvenz und so weiter und so fort. Was ich meiner Meinung nach einen besseren Schritt finde, bevor wir da irgendwie als Kunden dann noch drunter leiden müssen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schwerer Verlust für VIVI. Sie haben ja aber auch nochmal drauf reagiert und haben gesagt, okay, wie schon im Juni angekündigt, Wir werden auf jeden Fall auch hier weiterhin daran arbeiten, einen weiteren Auszahlungsdienstleister bzw. mehrere Auszahlungsmöglichkeiten anzubieten. Eine Möglichkeit wäre vielleicht den OMI. Wir werden aber auch sehen, was dann kommen wird. Man muss halt auch dazu sagen, dass es nicht sonderlich leicht ist, erstmal einen Auszahlungsdienstleister zu finden, der erstmal weltweit überhaupt Sachen anbietet, plus Krypto wie auch NFTs insgesamt überhaupt unterstützt. Und deswegen, ja, wird es wahrscheinlich auch so lange dauern. Ich gehe davon aus, dass wir aber auf jeden Fall noch dieses Jahr wieder Payout sehen werden, in welcher Form auch immer. Aber ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dazu irgendwelche Updates gibt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt mal den Ron English Drop an. Und ja, See, Hear and Speak More Evil Monkeys sehen wir hier an dieser Stelle am Sonntag, 18. Juni um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier das Ganze natürlich im Whitelist-Drop-Blindbox-Format. Das Ganze wird hier einmal mit insgesamt, wie gesagt, sechs Collectibles kommen. Das ist auf jeden Fall erstmal das erste hier, wird eine Ultra Rare sein mit einem Listenpreis pro Blindbox von 25 Gems. Das Ganze wird eine Editionzahl von 1.166 haben, unter anderem natürlich auch eine First Edition sein. Das Ganze, wie gesagt, von Ron English an dieser Stelle. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall den zweiten, auch eine Ultra Rare. Das Ganze wird hier auch wieder eine ähnliche Edition Size haben. Ja, Listenpreis bleibt an dieser Stelle gleich. Edition Type genauso. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall die dritte Ultra Rare. Das Ganze wird hier wieder mit denselben Editions und auch dem Listenpreis sein. Ansonsten haben wir hier als nächstes dann Secret Rare. Das Ganze wird hier weiterhin einen Listenpreis von 25 Gems haben. Und aber eine andere Edition Size, und zwar nämlich 666 an dieser Stelle. Das Ganze wird sich dann weiter durchziehen. Hier einmal mit der nächsten Secret Rare. Genauso viele Editions. Listenpreis bleibt gleich. Und dann haben wir auf jeden Fall noch die letzte Secret Rare, auch mit einer Edition Size von 666 Stück. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall eine interessante Sache für Leute, die auf MCP sehr, sehr stark fokussieren. Ich persönlich finde diese Sache aber wirklich nicht schön. Und ja, 25 Gems in der, zwar nicht super viel, aber meiner Meinung nach werden die auch unter Droppreis landen. Für den MCP aber sicherlich definitiv interessant. Als nächstes gibt es außerdem noch eine ganz kurze Auflösung, weil viele Leute danach auch gefragt haben. Es ist jetzt tatsächlich endlich soweit. Der Gewinner des Patrick Huge Collectibles, beziehungsweise Posters, ist jetzt endlich auch bekannt gegeben worden. Und zwar ist das nämlich einmal dieser gute Herr hier einmal verlinkt, auch mit dem Post selber. Hat das selber hier auch nochmal gepostet. Und also an dieser Stelle hier die Auflösung für dieses Gewinnspiel. Ansonsten gibt es leider noch eine sehr traurige Nachricht. Und zwar gibt es nämlich einen Künstler, der unter anderem auch für Vivi Collectibles, beziehungsweise Marvel Comic Books gearbeitet hat und leider verstorben ist. Das Ganze ist John Romita. Wie gesagt, hat er schon einige Comics auch auf Vivi produziert. Zum Beispiel mit einer der bekanntesten meiner Meinung nach jedenfalls, ist das hier, wenn es mal lädt. Nämlich das ist der Amazing Spider-Man Comic. Meiner Meinung nach auch mit einer der besten Cover von ihm. Ja, das Ganze wird natürlich langfristig gesehen, ob man will oder nicht. Aufgrund dessen, weil er halt leider nicht mehr unter uns weint, natürlich auch im Preis steigen. Ich persönlich hatte schon davor viele, weil ich den Künstler und einfach die Comics sehr gefeiert habe. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, wird das auf jeden Fall langfristig hier natürlich auch seinen Impact leider haben. Nichtsdestotrotz, ja, muss das Leben natürlich weitergehen. Und dementsprechend schauen wir uns auch direkt mal hier das nächste Thema an. Und das nächste Thema ist der Omi-Token. Und ja, hier gibt es eigentlich nichts wirklich Spektakuläres zu berichten, sagen wir es mal so. Wir sind jetzt hier immer noch bei unserer 0,0057 Dollar Grenze. Und sind jetzt hier gerade auch wieder auf der Support am Bouncen. Ja, meiner Meinung nach super geeignet momentan für DCA, weil wir jetzt keine großen Abstürze haben. Und ich gehe auch davon aus, dass wir tatsächlich auch schon relativ bald die erste Integration von Omi2 NFT sehen werden. Beziehungsweise Omi2 Gem, wie auch immer das dann aussehen wird. Wir werden sehen, wann das dann genau kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich nicht mehr allzu lange dauern wird. Und wir dann auf jeden Fall auch die ersten Burns aus dem Circulation Supply sehen. Als nächstes möchte ich außerdem nochmal eine ganz kurze Warnung hier aussprechen für Binance. Denn momentan wird es nämlich ganz schön heiß um Binance. Es gibt ja viele, viele Gerüchte, auch viele Anklagen, gerade der SEC und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ja tatsächlich auch noch die Niederlande und auch Frankreich mit dazu. Denn die Börse zieht sich nach einem vielgeschlagenen Versuch der Lizenzierung in den Niederlanden zurück. Plus, gegen Binance wird in schwerer Geldwäsche ermittelt in Frankreich. Also hier auf jeden Fall zwei Sachen, die nicht gerade positiv sind für CZ, beziehungsweise auch Binance selbst. Dementsprechend kann ich euch auf jeden Fall da draußen nur empfehlen, alle Kryptowährungen generell sowieso von allen Börsen abzuziehen und sie auf ein Hardware Wallet zu speichern. Ich zum Beispiel habe das Tangem Wallet. Meiner Meinung nach mit einer der besten Wallets da draußen. Ist auch relativ komfortabel mit meinem Codecap. Und wie spart ihr tatsächlich sogar noch 10% auf euren Kauf? Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall ein bisschen sparen wollt, dann benutzt es auf jeden Fall sehr gerne. Das wollte ich aber an dieser Stelle auf jeden Fall unbedingt nochmal ganz kurz angesprochen haben. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video, wenn ihr da draußen. Aber das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend und bis dahin, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.